Ich raste gleich auf. Ich mach mal die Hälfte. So. Ist das nervig, das nochmal zu machen ey. Ich raste gleich auf. Ich raste gleich auf. Ich meine, ich kann verstehen, dass das so ist, wenn der Kalli rüberkommt, weil der ja nicht so ne Klassenquest hat. Der hat ja was anderes. Aber wenn wir beide dasselbe haben... Also bei ner Klassenquest, wenn die instanziert ist, ist das MP, dann gehst du damit rein und gut ist. Ja. Wenn wir die selber haben, hab ich gedacht, dass das für beide zählt. Tut's ja eigentlich auch. Hm. Oh man, oh man. Na, ich warte ja auf dich. Genau. Ich bin auch jetzt fertig. Ich bin mein letzten Katapult. Your girlfriend has. Langeweile. Hm, ich weiß. Das lustige daran ist, dass sie mir die Schuld in die Schule schiebt. Obwohl ich schon letzte Woche Montag oder so Bescheid gesagt hab. Und dann bin ich schuld, weil die anderen alle keine Zeit haben. Ja, naja. Balthazar, schenke euch Kraft. Boah, diese Quest dauert immer EWIGkeiten. Irgendwie so ne Scheiße vom Boden aufsammeln und dann musst du dir halt irgendwie solchen Ogern geben. Und die Ogern, die geben dir dann irgendwie 5 Steine dafür und du brauchst insgesamt, keine Ahnung, 2000, so wie mir das gerade vorkommt. Hehehe. Ey. Robin? Ja? Lucky Strike has left, what the fuck? Ja, du hast ihn ja als PR-Manager gefeuert, da muss er doch nicht mehr drin bleiben. Ja, 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 ja. Entschuldigung, ich hab, äh, aus Reflex, äh, den Internet Explorer zugemacht. Oh. Wollte schon gerade sagen, den Internet Explorer zugemacht. Wollte ich gerade sagen, äh. Gut, ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Hab ich mir auch gerade gedacht. Nun verratet mir, wer dieses Papier gekauft hat. So was nennt ihr Sicherheit? Ich fühle mich, als wäre ich von einer Herde wilder Dojax überrannt worden. Dieses Papier wurde aus der Rinde des Zimt. Nein! Boah, ey. Jetzt hab ich hier gerade wieder was gefunden. Nach zwei Minuten suchen und dann drücke ich da drauf und dann schmeiß ich das weg. Das gibt's doch nicht. Ihr könntet als Zeuge vernommen werden, wenn man Zahm um den Prozess macht. Also verlasst Götterfels bitte nicht. Weh, Polzig. Wenn das Ministerium eine formelle Vorladung schickt, werde ich kommen. Zumindest benutzen die vernünftiges Pergament für ihre Vorladung. So. Jetzt bin ich auch fertig. Irgendwie wieder keine Erfahrung bekommen. Wo bist du jetzt hin, Robin? Äh, in die Hauptstadt. Okay. Hier ist ein Event. Wo? Hier oben direkt bei mir. Äh, kann das sein, dass wir nicht mehr in der gleichen Dings sind? Keine Ahnung, du machst ja immer komische Sachen. Nee, ich bin immer wieder auf so einen komischen Dings verlegt worden. Ich glaub wir sind einfach nicht in der Nähe. Toll, jetzt ist das wieder weg. Wo ist denn das Scheiße? Hier sind doch... Kann nicht sein, dass das jetzt hier mittendrin einfach abbricht. Hä? Die kommen gerade weg. Warte mal. Kora, Capital. Der war Fell. Fazit einmal noch nicht. T google schon... Der war Dann. Das war da mom und der is. Det brätschen. Der war dann ... Der war Vorsprache wenn man noch dann mit. Warum? Ey, ich hab ne Idee, wenn deiner Freundin langweilig ist. Jetzt kommt's. Die kann auf meinen Hund also auf den Paul aufpassen, ich hab nämlich keine Lust dazu. Achso. Hä, wie? Du warst ja seine Schwester oder was? Naja, ob ich eben auf den Hund aufpassen kann, ich sah es schlecht. Der macht doch nix. Der nervt, das ist voll die kleine Dreckstöle. Ich dachte, du magst den Hund voll. Ja, aber doch nicht, wenn ich auf den aufpassen muss. Das ist wie mit Kindern so, von anderen Leuten ist okay, aber die eigenen nicht. Ich bin jetzt hier in der Hauptstadt, kommst du zur Hauptstadt? Ja. Ich bin jetzt hier schon da, wo wir hin müssen. Ich warte hier auf dich. Ich trete jetzt erstmal... Ach ne, ich kann gar nicht. Hauptstadt, Hauptstadt... Hast du dich auch da nach Sheymour teleportiert? Ach ne, oder hast du dich eh... Salma, Salma. Salma? Salma, Salma... In der Hauptstadt. Ja, ich sehe es. Elf, guck doch, hohe Preise. Gib mir den Hund. Du kennst den Hund nicht, Alter. Glaub mir, du kennst ihn nicht. Das ist der Teufel in Person. Was soll das denn? Ach, Vorschau. So, äh... Guck mal, jetzt sind wir nicht in der gleichen, oder? Dann geh erstmal... Ich bin die Oberstadt, Überlauf. Und wenn du jetzt beitreten, komm mal hier zu dem Dings rein. Du musst ja in die Mitte rein. Und dann klicke ich mal auf beitreten. Ne, du bist in demselben. Ja, weil ich nämlich auch... Warte mal, wo muss ich rein? Mit dem Beitreten musst du vorsichtig sein, das kannst du nicht so häufig machen, ne? Ach so, jetzt seh ich dich ja wieder. Ja. Ich seh nur die Tür irgendwie nicht. Oh, das ist so'n Gang da... Du siehst ja doch, Aufzug abwärts. Ja, ich seh den Aufzug, aber... Das ist ne Tür. Einfach durch die Tür. Das ist so'n leuchtendes Tor. Ach so... Weißt du, das kann man doch nicht als... Das ist tatsächlich... Oh, Mann. Hatte ich nur mal eben den Wegpunkt mit? Wo? Ach ja, den kriegst du automatisch hier. Boah, diese Christo hat so'n Scheiße lange. Wo ist denn... Es sind voll viele Leute, ey. Ey, Mann, mach mal irgendwas mit deiner Einstellung, das nervt voll. Jedes Mal, wenn du redest, hört man im Hintergrund so... Also nicht so extrem, aber so ähnlich. Schon wieder eine Instanz. Müssen wir selber alleine wieder betreten. Also brauche ich gar nicht auf dich warten. Wenn du ne Meldung kriegst, dass du mit mir machst, sag Nein. Ja. Ich hab's gemacht. Der Witz ist, Alter. Ich bin gleich Level Up. Ey, Nena! Warte mal eben. Ich hatte gehofft, euch wiederzusehen. Habt ihr Neuigkeiten? Was hat der Papiermacher gesagt? Fursal-Rei gibt zu, das Papier für Minister Zaman gemacht zu haben. Und er ist bereit, das Haus zu sagen. Ja, Servus. Ja, Servus. Ja, Servus. Ja, Servus. Ja, Servus. Ja, Servus. Das ist regelrechter Verwalt. Aber er ist ein Regierungsbeamter. Ich kann ihn nicht ohne Beweise einplanen. Wo sind meine Manieren? Darf ich vorstellen? Gräfin Anis, Vorstreiterin der glänzenden Klingen. Uh. Gräfin Anis. ...gelegenheit, Minister zu belauschen. Samt ihren Verbündeten und Feinden. Oder wir durchsuchen Zarmons Haus. Bei Gefährdung einer Person oder Verdacht auf Verrat ist das gesetzlich erlaubt. Also gut. Ne, Stimme kann man nicht aussuchen. Fest oder Zarmons Haus. Hm. Ich kann euch nichts befehlen. Also sagt mir, wie ihr vorgehen wollt. Ich weiß nicht. Zarmons Haus. Ich wette, dass wir dort Beweise finden werden. Minister, wie ist es fest? Ich werde sehen, was ich rausfinden kann. Ah, ich weiß nicht. Ist voll wichtig. Ich glaube, ich nehme das fest. Weil die Bitch gesagt hat, das ist fest. Okay. Eure ablige Verwandtschaft ist geschickt darin, mein Leben interessant zu machen. Hast du genommen? Die Feste? Das ist fest. Also ist fest. Ich bin mir sicher. Heute findet Mr. Wiss. Bam. Level Up. Du wirst runtergestuft auf 6. Haha. Waffenwechsel. Endlich. So. Was haben wir denn hier? Was brauche ich eigentlich? Zähigkeit? Kraft? Vitalität? Mess mal? Ich würd sagen Kraft und Präzision. Und bisschen... Bisschen eins von den anderen beiden. Boah. 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 Ich seh jetzt voll Gangster-mäßig aus. Du kannst ein Dolch tragen. Dolch und ein Speer. Okay. Schwert. Und... Und... Was nehm ich? Horn oder... Oder... Dolch? Mal das erstmal. Ja, das war's doch. Bist du schon weiter? Ich geh jetzt... Ich geh jetzt aus dieser kleinen Instanz wieder raus. Danke. Danke für das Gezet. So. Ja, das war's. So. So. Ich bin wieder im Überlauf. Wo bist du denn? Ja, das war's. Ja, das war's. The cities in Guild Wars 2 are pure awesomeness. Awesome? Ja. Ja. Ich wache über diesen Ort. The city is so freaking huge and so well done. Das ist schon wieder Aufzug abwärts. Aufzug abwärts. Aufwärts. Aufwärts. Hä? Geht's doch wieder hoch. Hup. Aha. Ich muss in die komische Stadt. Ruhig Stadt. Trefft Gräfin Anise. Ja, genau. Deshalb hab ich das gemacht. Ich wollte ein bisschen mit der Gräfin plaudern. 100 Erfahrungen. Yay. 80. Diesmal geht's bis 80. Das find ich auch besser. Also ich fand das mit Level 20 in Guild Wars 1 irgendwie blöd. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Mir irgendwie nicht so gefallen. Empfohlene Stufe 8. Stufe. Eine vornehme Gruppe. Herrlich. Herrlich. Sie werden tuscheln, wenn man mich mit dem Helden von Shemore sagt. Danke, dass ich euch heute Abend begleiten darf, Gräfin. Ich bin stets bereit, alles für mein Land und meine Königin zu tun. Doch lasst mich euch einen ungebetenen Rat geben. Erstens, mischt euch unter die Gäste. Redet mit allen. Sie könnten etwas erzählen, was sie später bereuen. Zweitens, sprecht nicht nur mit Edelleuten. Bedient alles. Ich verstehe. Ich muss selbstverständlich diskret vorgehen. Elan, schnell. Nun geht und bezaubert die Massen. Ihr wisst, wo ich bin, falls ihr mich braucht. Das ist eine gute Bitch. Die hätte mir vor die Lebensweisheit gegeben. Ja. Stumm schalten. Das sieht echt gut aus, ey. Das sieht echt... Die haben sich echt Mühe gegeben. Das merkt man richtig. Das ist ja jedes Jahr Call of Duty Kacke. Eine Dienerin. Schön, euch zu treffen. Schön. Ich weiß nicht, was ich hier labern soll. Ich muss jetzt hier mit Leuten reden, bist du ja schon. Irgendwie passiert aber, ich warte mal auf so einen Bang-Effekt, wo man merkt, was es weitergeht. Ja, oben rechts, null von frei. Wo ist denn der Koch? Ich muss in die großen Hallen. Tisch mit Erfrischungen. Ah, ich glaub jetzt hab ich einen gefunden. Der Koch? Einen, wo du Beweise kriegst, weil hier hat jedes Symbol so ein Zeichen. Weil hier... Charisma... Wildheit... Ach so, ja. Du musst mal um den gleich deinen Dings umstellen, ey. Das ist... Du musst die... Ah, ich hab auch einen gefunden. Äh... Ich nehm Charisma. Kein Bastard Gedanke... Ich nehm Charisma. Ich hab Charisma und so. Aber hat mir nichts gebracht. Naja, auch nicht. Schönes Wetter haben wir. Ich hab auch Charisma genannt. Ist doch das Beste. Kannst du auf Knödel, das wär cool, wenn ich auf meinem Knödel reiten könnte. Verzeihung, hättet ihr kurz... Ist das nicht die... Sie kann euch hören. Ja, sie ist es. Man hat sie endlich rausgelassen. Höh? Hier ist voll die Action, man. Was denn? Ey, ich find immer noch keinen. Ich hab glaub ich was gefunden. Was denn? Erhöht Würde? Das will ich gar nicht. Ah. Ich hab wieder... Charisma. Hier ist doch was. Baron Jasmina. Hä? Kommst du weiter, wenn du hier anlabern musst? Mhm. Ich hab bis jetzt immer noch 0 von 3. Ich hör mir das ehrlich gesagt auch nicht richtig an, was die sagen, aber... Ich hab auch keine Lust, das euch hier zu sehen. Ich will leveln, das ist voll lässig, wenn die immer so so voll quatschen. Nee, es gibt keine... Es gibt keine Mounts sogar. Nee, geh ich gerade. Es gibt keine Mounts in Guild Wars, finde ich auch in Ordnung so, keine Ahnung. Wie geht es eurer Werte mit? Du kannst... Du hast fast jeder... Also jeder Charakter hat eigentlich so einen Spell, wo du dich schneller machen kannst mit und so. Vor allem der Dieb hat einen, der ist so geil. 25% schneller laufen, dauerhaft. F***ing awesome. Ich hab' ich... Ich hab' ich so'n Typen angelabert und jetzt meinte der so... Ich hab' ein bisschen Durst. Ich hab' ich was zu trinken holen. Bis oben. Jetzt hab' ich was zu trinken und jetzt bring' ich den das und dann hoffentlich krieg' ich einen scheiß, äh... Infopoint. Ey, ich hab' keine Ahnung. Ich hab' auch... Ich hab' auch... Ich geh' auch immer aus dieser... Da ist so ein Symbol, so ne Faust. Yes man. Ein. Videosequenz. Ein einzeln jetzt nur. Bis jetzt. Ich glaub' ich hab' das grad auch... War das die Wache? Ja. Ja, hab' ich auch. Geh' wir mal hoch. Kann ich mir das auch in den Kopf schmeißen? Die labern hier ohne Scheiß. Meine Lieferung ist endlich angekommen. Das hört sich irgendwie voll illegal an, Mann. Ah, inzwischen sind keins. Hier, euer Getränk. Für Außenstehende bin ich nur freundlich zu euch. Und ihr seid eine dankbare Wache. Jetzt sprecht ganz offen. Einbrüche und Entführungen häufen sich. Aber wir tun nichts dagegen. Die Wache ist nie da, wo sie am meisten gebraucht wird. Das Getränk sollte eure Zunge lösen. Weil ihr klingt, als hättet ihr noch nicht mehr beraten, was ihr wisst. Ich weiß, was ihr in Shemore getan habt. Und dass Thackeray auf euch hört. Was ich sagen werde, kann ein Leben kosten. Wir erhalten unsere Befehle immer kurz vor den Überfällen. Als ob uns jemand wegschickt, damit die Banditen ungestört sind. Glaubt ihr, es gibt eine engere Verbindung? Jemanden in der Ministerialwache, der mit den Banditen zusammenarbeitet? Höher als das. Die Befehle kommen vom Minister Zahmon persönlich. Ich gehe ein großes Risiko ein. Aber die Banditen sind Abschaum. Bitte nutz diese Informationen. Das werde ich. So richtig weiter kommst du danach auch nicht. Ich muss mit jemandem sprechen. Kannst du aber dein Mikro umstellen. Also was ich eben gesehen habe, ist so eine Mädel, die war in einer Dings. Äh, im Hof. Vielleicht mal auf einer von Meister Riesen. Aber... Ho... Ja, im Hof war da so eine Bitch. Aber irgendwie... Vielleicht musst du auch jede Sachen durchsuchen. Ne... Hier ist doch was. Ne... Vielleicht müssen wir auch auf die Faust klicken, mal... So ein bisschen provozieren hier, ey. So wie Aileen immer. Ja... Da warst du gar nicht dabei... Warst du dabei? Ne... Ne... Ja... Fürst Benjamin... Ich rede einfach mit jedem Menschen. Ja, ich glaube auch nur noch wild klicken durch die Gegend. Ich glaube, ich klicke einfach mal hier auf die Faust. Mal gucken, was dann passiert. Aha! Erhöht wurde. Aha, ich habe es gefunden. Oder? Ja! Zwei von drei. Bitch! In der Mitte... Also wenn du hoch gehst, da steht so eine Fürstin Madeleine. Mit der musst du reden. Und da musst du auf die Faust klicken. Und dann sagt die... Ich habe es doch gewusst, dass mein Vater ein Verräter ist. Oder irgendwie sowas. Wenn du hoch gehst, ne... Da ist ja so eine Treppe. Und dann stehen da zwei Leute vor dem Gemälde der Burg. Ich muss jetzt mit, äh... Ich muss jetzt mit Yasmina reden. Ja? Das war doch die... Ja genau, die... Ja genau, die habe ich auch eben gehabt. Aber... Das hat mir irgendwie nicht geholfen. Was ist die denn? Die ist im Hof, die Bitch. Die meinte ich doch eben. Ja... Ja... Der Koch. Ich habe den Koch gefunden. Oh! Koch gibt vielen. Okay. Meine Fertigkeiten fordern Jahre der Übung. Bam. Damit hätten wir zwei. Was war... Wie? Was war zwei? Wie hast du das denn gemacht? Äh... Dings. Unten. Wo du meine... Wo ich meinte diese Jasmin da. Hä? Wieso habe ich denn da nichts bekommen? Nee, du musst, äh... Wie geht's? Ja? Warte mal kurz. Ich glaube, man... Man muss nicht... Man muss mal gucken, dass man da so... Äh... Auch manchmal die Faust macht, oder so. Je nachdem, was man da macht. Äh... So. Nochmal. Ne, vor der... Bevor du rausgehst steht so ein Typ an der Tür. Ja, ich weiß. Mit dem habe ich ja geredet. Dem musst du zuerst quatschen. Ja, ich weiß. Dann musst du mit der quatschen und dann wieder mit dem. Ach, wieder mit dem. Ah. Ja. Dann hast du... Sprech mit... Ja. Was denn? Was ist denn? Jawohl, fertig. Ah, das war ne Geburt, ey. Hast du auch... geschafft jetzt? Ja, Mann. Was müssen wir jetzt machen? Drei von drei, und jetzt? Musst du mit der Tuste wieder reden? Welche? Welche? Die uns da hingebracht hat. Die... Ach so, ah ja, cool da. Die Gräfin. Das sind alles Dienerin. Ihr wart ihr recht fleißig, nicht wahr? Ihr habt sich für die Information bekommen, die wir brauchen. Ja. Mehr als erhofft. Es gibt Zeugen, die zahlbare Wachenschaften mit den Banditen bestätigen werden. Sehr gut. Die Politik verbietet, dass ich Zahmon einsperre. Mit diesem Bewerbungen gehen zumindest vor Gericht. Guck mal, kannst du mitzugucken. Ah, wenn man vom Feind spricht. Logan, es scheint mir nicht, dass Zahmon ist eingetroffen. So. Logan! Jawohl! Er guckt sich grad deinen Stream an. Ja. Das beste Zuschauer. Ja, Mopsi. Ja. Guck mal raus. Guck mal raus. Oh, nicht runterfallen. Jawohl, geschafft! Ja, ich hab dich auch lieb. Boah, gib mir doch jetzt kein Küsschen. Boah, du schlammerst voll. Was kommt denn? Ja, voll. Du zwingst den Hund zu Sachen, die der gar nicht will. Boah! Mach mal dein Mikro leise oder so. Der schlägt da gerade dran. Ah, schlägt da an dir rum, ey. Wurdest du noch nicht ersetzt? Okay, in Robin. Robin wurde, ja. In Robins Welt wurdest du ersetzt. Hast du nichts mehr aufgereiht? Stell mal eben dein Mikro ein, bitte. Ich sollATH 37 Du weißt, desx dass ich wo ich gesagt habe, dass du da die Verstärkung anmachen sollst. Mach die wieder etwas runter. ... Glauörper ich. Probiere es einfach mal. Ja, mach ich jetzt. AHHH! PAUL! Du verheherst dich gerade in dem Kamer profile. AH! HUND. Jetzt ist es hier aber nicht lustig. Paul! Ja, der Hund heißt Paul. Och, WTF, ey. Jetzt bin ich gerade rausgeflogen, jetzt kommt ich nicht mehr rein. Oh, du armer. Jetzt flieh ich bestimmt gleich auch raus, so direkt als Rache. Karma is a bitch. Was? Chaos bitch? Karma is a bitch. Achso, Karma is a bitch. Ich hab verstanden, Chaos bitch. Ja, ich weiß nicht, Robin Schwester nennt ihren Hund Paul. Aber ich glaub, so wie die aussieht, darf die den Hund nennen, wie sie will. Persönlicher Golem Bankier. Ist jetzt besser? Ja. Red noch mal ein bisschen. Das war also gerade Paul, ne? Der Hund ist voll ausgerastet. Der hat sich hier sowas von in meinem Kabel verheddert und ich hab den nicht rausgekriegt. Und dann wurde der irgendwie wild und hat mir das Headset vor dem Kopf gerissen. Der wurde wild. Bei dir werden alle wild. Alle Hunde. Nicht nur die Hunde, mein Thornt. So, komm mal hin. Ich bin hier schon. Ach, schon wieder ne Instanz? Erfohlene Stufe 10. Ich glaub, das machen wir aber etwas später. Äh, jetzt bin ich rausgeflogen. Jetzt steh ich hier im tollen Launcher und komm nicht mehr rein, ey. Puh. Robin, was machen wir jetzt? Ja, weiter. Storyline, oder? Ja, geht ja nicht. Also, ich mach die Mission nicht die Stufe 10. 10? 10, ja. 1-0. Sind wir irgendwie zu schnell? Ja, wir machen ja nur die Storyline. Nein, wenn du nur die Storyline machst, dann reicht das nicht. Du musst halt gucken, dass du die ganzen Herzen mit machst. Ja, dann lass uns doch zurück zu dem Dings gehen. Äh. Dann lass mal unten dieses eine Herz machen. Nee, das wo wir eben waren, da die feste. Da meinst du doch. Ja, da waren ganz viele Herzen. Da war ein Herz. Nee, wenn du da die eine Tuste angelabert hast. Dann hat die die Karte da erkundet und dann hat's auf einmal ganz viele. Ah, okay. Du meinst, es hilft Lexi, die Handelsroute zu schützen und dann weiter da, ne? Naja, das hab ich schon gemacht. Da ist auf jeden Fall... Ich will das auch machen. Ja, kannst du ja. Auf jeden Fall ist da so eine... Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Die mit dem Fernglas. Genau. Ohne Stufe 10, meinen Dank. So, ähm. Was ist denn Kulturrüstungssch... Geht bei euch das Auktionshaus? Druck mal O, bitte. Nee, geht bei mir nicht. Was steht da? Delete einfach die ganze Zeit. Steht links oben nicht irgendwas? Bei mir steht in schwarz, ganz dunkel, The Service is unavailable. Und jetzt steht da... Webserver receives an invalid response while acting as a gateway or proxy server. Ähm, schreib dir die Fehlermeldung mal auf, dann kannst du am Dienstag meinen Rogal fragen. Ja, klar. Wie man das beheben kann. Ja, kann gar nichts, ey. So, ich zieh mal erstmal meine Sachen an, die ich jetzt bekommen hab. Ich hab Präzision, Präzision. Und 13% Quick John. Und jetzt hab ich... 16%! What?! Aweseness! Mhm. Ah, ich weiß noch was ich noch wollte. Ich wollte bei der alten, äh... alten Schlampe da im Lager, wollte ich gucken, ob die Schwerter hat. Also Langschwerter und... Zwei anstatt. Ich will ja solche Wörter nicht hören hier, ey. Ich bin echt übermüdet, ey. Warum? Ich könnte an den... dreieinhalb Stunden Schlaf liegen. Warum? Warum? Das ist jetzt ne ernst gemeinte Frage, soll ich das erläutern? Nein. Ich verkauf mal eher ein paar Sachen als das ist. Ey, ich hab schon wieder eine Farbe gefunden. Seiden-Oliv-Farbe. Dein Game-Client is unable to gain access to the lock-in server at this time. Kali is... Vor allen Dingen wie die das auf deine... auf deine Seite schieben, ne? This is most commonly caused by a Fire-Rooter. Ja, das ist so geil! Das finde ich auch immer so geil. Wenn du dir überlegst, so... Jaaa... Das finde ich auch immer so geil. Ah, jetzt hier. Sehr schön. Großschwerter. Und... Möge Lissa euch helfen. Wir sind Stufe 10 Waffen. Mhm. Ja, wir sind noch keine Stufe 10. Och, das ist doch... Zum Abfall... Ei, das... Mann... Jetzt rastest du gar nicht aus wie der Kim... Ist der eigentlich noch da? Ist der noch im Test? Ich wollt grad fragen, Alter. Hat eigentlich noch mal was einer von dem gehört, irgendwie. Der war eben da, hat aber einfach so geredet und so. Ich hab ja da schon längst weg. Der ist auf jeden Fall... Der ist ja auch noch online, ne? Eben... Nee, der ist nicht online. Nee, der ist nicht online. Das sieht nur so aus. Das sieht nur so aus. Du musst mal über den drüber gehen. Achso, stimmt, offline. Ja. Aber er ist in Level 4. Er hat da so gespielt. Ah. Ich starb am... Du bist online. Du bist online, Kali. Bei mir steht für's... Nee, ich bin nicht online. Okay. Dafür ist der Robin offline. Ich bin grade im Launcher und der sagt mir hier grade... Ich bin offline. Ja. Bist du denn, Robin? Hier. Äh... In dem Lager, wo du... Du bist nicht mehr... Du bist nicht mehr an meiner Party. Nee. Du bist offline. Der Stream geht noch ewig. Also... Keine Angst. Ähm... So lange, bis wir auch keinen Bock mehr haben. Also irgendwie dann... Wahrscheinlich morgen früh, ne? Wahrscheinlich Montag. Jetzt sagt er mir einfach nur noch, There was an error logging in. Jetzt hat er mir noch nicht mal gesagt, dass ich schuld bin. Das ist so nett. Doch. Ich hab mir schon viel früher einen Stab kaufen sollen. Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Ja, ist ja egal. Das geht doch schnell. Bei mir ging das eben voll schnell. Vor allem, wenn so kleine Gegner kommen. So kleine, ganz viel können spinnen. Boah, hier ist ein Connection. Megalecks. Ja, 12 Uhr wahrscheinlich. Jetzt stehen wahrscheinlich die ganzen Leute aufgestanden, die sonst irgendwie... Weißt du, ne? Lange schlafen und jetzt... Hey Robin, wo muss ich denn diese komischen Lexi-Paxi-Shights machen? Hier an dem Weg, wo du grad bist. Da sind überall so... Todesmarkierung. Ah, okay. Jeder muss seinen Teil tun. Ich hab jetzt mal ein Schwert. Schwert und Dolch. Gucken was da abgeht. Ich muss jetzt auch hier mal die... Was will der denn? Wieso komm ich jetzt nicht mehr rein? Ist doch behindert. Ich glaub auch, das ist bei mir. Ich hab grad das Gefühl, ich flieg gleich raus. Ich nicht. Hey! Geh nicht weg! Du bist unser einziger Zuschauer! Nein! Ey, lass meinen Bären in Ruhe. Kann ich meinen Bären heilen? Wenn ich mich selber... Ah! Wenn ich mich selber heile, heil ich meinen Bären auch. Das ist schön. Ja, ehrlich! Du kannst ja trotzdem online bleiben. Dann sieht das so aus, wenn wir noch mehr Leute hätten. Okay, ich schwärzt doch nicht so doll irgendwie. Naja, ich komm nicht mehr rein. Ich werde mal eben meinen Rechner neu starten. Genau, es liegt ja an dir. Ja, dann werde ich gleich wieder mal eben duschen. Und dann mal gucken, ob ich da noch was esse. Und dann bin ich wieder wieder da. Ja, wenn's dann nicht geht, dann... Weiß ich nicht, glaub ich, ruf ich die mal an oder so. Mach dann so ein bisschen Party oder so. Ah, mein... Naja, gut. Bis nachher. Bye, bye. Alle geben so schnell auf, ey. Ist das bei dir auch am Längen? Nö, überhaupt nicht. Was meine anderen 600 Abonnenten machen, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaub, vielleicht mögen die kein Guild Wars, ich weiß es nicht. So, ich schmeiß mal die Speeren. Zeig die mir mal was. Warum leckt das denn jetzt bei mir? Vielleicht hat der Hund was gemacht. Ja, der hat aber nicht... Wo ist er denn jetzt? Wer weiß. Ach, hier ist grad'n... Hier ist grad'n Event am Start. Ist auch cool, dass wenn man die Events macht, dass die auch teilweise vielleicht auch mit den normalen Quests funktionieren, weißt du? Ich weiß nicht, warum du bei mir jetzt auch klein bist. Bist du bei mir auch? Ja, aber ich versteh'n nicht warum. Wahrscheinlich Probleme. Ich mein, das ist jetzt lange gut gegangen, oder? Ich mein, jetzt kommt der erste große Ansturm und... Ja. Ich geh' mal wieder auf meinen Bogen. Der Hund hat den Router angepisst. Ja. Klingt logisch. Also, ich muss sagen, das ist die plausibelste Erklärung bis jetzt. Hey, ich hab' das Event noch geschafft. 400 Erfahrung. Bam, Level up. Okay. Aber dafür hab' ich dieses Alexi-Scheiß noch nicht gemacht. Oder... Ah doch, das hat... Ja, das hat geholfen. Cool. Danke, danke, danke. Ey, da kommt jemand! Hey ho! Willkommen... Rocktor! Willkommen zu meinem Stream. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ich begrüße jetzt jeden, der hier reinkommt. Guck mal, ich baue direkt eine Beziehung auf. Ist der? Ja. Ist der? Hey ho ihr alle. Kannst auch gerne was schreiben. Infected Kids schreibt auch zwischendurch was. Könnt ihr euch unterhalten. Könnt ihr euch liebhaben. Juhu, ich bin nicht der... Ja, siehst du? So läuft das hier. Der Kalli, der geht. Und dann kommen... ... bessere Leute. Okay. Noch anderthalb Fähigkeiten, dann habe ich Stab fertig. Brauche ich nur noch Großschwert, dann habe ich glaube ich alle Waffen, die ich tragen kann durch. Schön, euch zu treffen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ins Königental reingehen soll. Also das Richtige. Wenn du... Kannst du? Ich weiß nicht, weil mir sagt er das. Ich mach einfach mal. Ja, nicht mal mehr richtig. Rocktor. Rede mit uns. Wo bist du denn? Ich sag nicht mal, Alter. Es gibt doch Leute, die wollen einfach nur zugucken. Nein. Ja gut, stimmt. Guck einfach nur zu. Freu dich. Ich freue mich, wenn du nur zuguckst. Wo bist du denn? Wo bist du denn jetzt? Ich probier nochmal dich einzuladen. Oh. Ne. Z. Uri ist online, den sehe ich. Siehst du den Uri auch, oder hast du den gar nicht geedit? Achso, musst du mir gleich mal... Dann edd ich dir. Ja, wenn... Flüstern. Oh, ich bin das erste Mal heute gestorben. Krass, das Shit. Tatsächlich tot. War vor mir keiner da, um den Stream zu schauen? Vor dir? Wie vor dir? Du warst doch ziemlich... Dabei. Yeah, Guild Wars 2. Yeah. Du hast deinen Tag direkt. Danke, dass du geschrieben hast. Yeah. Bestemann am Start. Wie meinst du vor dir? Du warst doch direkt am Anfang mit dabei. Davor gab's ja nichts. Ja, vor dem... Paul, was willst du? E. Knochenkau. Oh, ich hatte ne Fehlerleitung. Vor dem war noch einer da. Achja, der... ... der... E. Knochenkau. Wer ist ja? Wer... 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 Sprecht mit der was? Gerichtsschreiberin. Das ist die offizielle Quest. so was gibt es hier noch was sind denn hier die ganzen Herzen ein Herz, da ein Herz ich mache mal hier Holzfäller ein bisschen Action hier Holzfäller Action ja ich war schon Level 4 oder 5 das heißt da war wie gesagt einer war da wie kann ich denn ein Tier holen wie kann ich das denn hier wildein Tiergefährten wildein Tiergefährten was mein Bär, der Bär den ich habe da steht drunter amphibisch das ist doch keine Ampliwe mich verarschen wo leben die denn jawohl hat der den angegriffen oh mein Gott der hat den angegriffen voll Depp der ist so ein Typ der hat so ein riesiges Monster angegriffen der war Level 10 und ist Master Chief nein ich brauche Heilung wirklich ich will hier raus lass mich raus ich bin tot ja dann sterbe ich ähm auf dem Verband hier hey da rest mich ein Typ das ist aber nett ich bin immer noch auf dem Server wo bist du denn Robin ich brauche dich da ne jetzt sag mal wo bist du gerade achso ja da wo du hin wolltest da dieses Paxi Ding da aber mir sind alle Leute auf deinem ja also irgendwie habe ich meinen eigenen Server oder so bei mir ist der Uri nur online ich meine der Kalli ist ja offline ist klar ne ja das ist offline und du bist auch offline mh ach Paul was kann ich denn dir gegen dich unternehmen die Mama ist nur eben im Obi im Obi naja die wollen irgendwas für den Garten holen ich glaube so einen Zaun damit der draußen rumflitzen kann weil meine Schwester keinen Bock hatte den mitzunehmen in Obi meinte die ob ich nicht eben kurz drauf aufpassen kann mhm kurz naja ich kenne das auch kurz ist immer so hier ist ein Baum mein Freund der Baum oh ey das ist jetzt so eine lächerliche Fehlermeldung ne da müsst ihr jetzt eigentlich ein Screenshot von machen um den einzuschicken viele jetzt also seit ähm warte 9 Uhr mhm und bekommen jetzt gerade die Fehlermeldung falsches Passwort bitte überprüft eure Eingabe und versucht es erneut ich weiß nicht wie ich mir den Wolf fange also ich habe keine Ahnung wie ich mir die Viecher alle fange hier ähm ja die haben halt lange gebraucht das zu überprüfen ob du du bist ich probiere nochmal ob ich ins Auktionshaus komme nein oder er lädt noch er lädt lädt nicht lädt keine Ahnung ich bin jetzt im Dorf hier im nächsten Dorf weißt du jetzt bin ich aber auch rausgeflogen hey ich habe euch wieder in der Party jetzt bin ich aber wieder mit euch in der Party also ich habe die Anzeige wieder bekommen okay aber denke ich jetzt nicht weiter weil es ist keiner mehr da toll hier Lutscher hier hä du was ist los Uri wie was los äh willkommen im Stream Uri beste Mann am Start stream kommen nice guck mal Twitch Twitch guckst du hab dein Account klar easy ähm Rockhor Geldwurst auf einen Schlag 18.000 Viewer in allen Channeln ach Rungen war ja klar und Tauly ey guckst du die Scheiß-Affnahmen aus WoW 18.000 du meinst der hat doch nicht 18.000 alleine nein insgesamt in den Channeln nicht unterwegs ach so okay ja wir spielen Rockhor wir spielen auf äh Flussufer Riverside steht aber auch unten in der Informations-Gee ähm genau ich wollte ich spiele gerade gar nicht mehr ähm wo viele Leute echt Guild Wars streamen wie viele Viewer hast du? äh 4 da muss ich drüber reden 4 4 ja aber im Moment eigentlich nur 2 weil 2 Stück sind Robin und ich eigentlich hätten wir jetzt 5 aber der Kalli ist gegangen der kam nicht mehr rein irgendwie so gerade Acid Art 86 playing Battlefield 3 was ist das denn was sind das für all diese dinge das ist aber nicht aktuell die sind 3 Stück von Triple Commentary mit Lucky Strike 3 Kalli und Estetar ja ja 3 Stück ey Alter wir hatten schon mal 10 Viewer ja ganz leise das war das war beste Sache ey warum zeigt ihr mir deine Leitstände nicht an? was hast du ja alles für Videos hochgeballert? es sind gar nicht so viele ach das sind die letzten ja die muss ich noch löschen weil das war äh ich hab über die Nacht den Streamer verlaufen lassen weil ich gedacht hab vielleicht kommen dann ein paar Leute rein so ich hätte aber wie fail Alter ich hasse Starttage ich schwöre es dir ich hasse sie einfach das mit dem das mit dem Tierzähl das mit dem Tierzähl das hat aber bei mir so nicht funktioniert keine Ahnung ich weiß nicht ob es vielleicht an dem Tier lag dass es nicht ging keine Ahnung nehmt euch ein Übungsschwert wenn ihr trainieren wollt Kloster Elfen stellt das beste Bier in ganz Kreiter her aber in letzter Zeit ach du scheiße Banditen 10.000 Level 11 vier Spiele klären keine Moment nicht auf den Lommels also zugreifen boah ich hab grad mal 1% der ganzen Welt entdeckt krasser Shit so hier ist noch ein Herz was macht man denn hier mit dem Herz redet mit Feldwebel und Gewehr Klabern die denn alle hier durcheinander Kim ist aber noch da hier ich bin ja gar kein Admin mehr alles Lucha außer dir beste Mann am Start welches Level bist du denn jetzt schon 11 oder was ne 10 immer noch Noob ey du warst eben schon 10 als ich geguckt hab man kann nur Jungtiere zähmen aha ich muss den 3 mal den Sound mute sonst hab ich dich ja doppelt ja ist auch voll scheiße wenn ich wenn ich den Sound vergesse zu muten dann ist es ne Endlosschleife das ist richtig kacke so redet mit Feldwebel Soto mit den Gewehrzonen schmerzeln ich mach gerade so ein konstruktives Chillpäuschen hier ich brauch nur ein Kästchen bis 11 und dann ah ok nehmt ein Gewehr wo kriegt man denn die Gewehre da ist ja lustig halten Feuer ach du Scheiße was ist das denn muss ich mir jetzt immer ach du Scheiße was ist das denn für ne Quest so blockt ihr mich nie so wertbaren Schiff genau dann wenn ich angreife also Silas du kannst jetzt solidarisch mal aufhören zu spielen ne ich würde nie aufhören zu spielen nie niemals ach ich meine rauchen ich krieg sonst Aggression wenn ich mir dieses Lade das Ding da noch länger hat war das gib dir gleich Pussy komm ich wieder rüber in dein Eckbezirk Eckbezirk mein Randbezirk hier Ghetto boah Uri ist auch drin klar bin ich da drin ich lasse den Bystream auch wenn ich ihn nicht gucke aber ich lasse ihn einfach laufen beste Sache beste Uri boah ey geh weg mit eurem Server hier das ist so lustig wie die Leute sich alle ankacken über die meisten sind ja im Overflow Server drin und da sprechen die alles Englisch Französisch und so und die checken das nicht dass die von anderen Servern alle auf den Overflow Server auf dem gleichen sind ja das hat der Kalli auch eben gesagt die heulen sich voll auf Franzosen Franzosen Nein hehehe nicht schlecht gar nicht schlecht denn reichlos ist das Ziel zu treffen ihr dürft nur schießen wenn man es euch bevielst zielen zielen halten halten hä halten zielen feuer nicht schlecht gar nicht schlecht nur so weiter jetzt muss ich mal warten dass der zielen sagt zielen 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 aber ich kann gar nicht zielen halten halten Ah, ich versteh. Was für ne Scheiße. Ich krieg's doch gebacken. Ihr habt's hingekommen jetzt. Mann. Jetzt hab ich's auch verstanden. Ich müsste mal die Skills durchlesen. Zielen! Zielen! Uri! Wo ist dein Kollege? Drüben! Der ist 13 oder so. Der kommt aber gratis wieder auf die Server raus. Mh. Der soll mal überlegen, ob er jetzt echt pennen gehen soll und dann wieder kommt. Das ist ein Plan. Boah, Uri, äh, Uri, Robin, das hier ist ne Quest, ey, da glaubst du nicht. Obin ist gar nicht da. Achja, das... Was hat der da noch drüber? Ich wusste ja... Ja, ja! Schlecht, gar nicht schlecht! Nur so weiter! Ah! Was los, Uri? Gebiete weiterentdecken. Ah! Der, ähm... Wie gesagt, gerade drüber TeamSpeak, der sieht da irgendwo gerade in den Foren von wegen Ist der Stress Test over yet? Anscheinend nicht. Okay, da soll ich nicht hin, da kann ich was entdecken. Nice! Hast du, ähm... Basti hat mir gestern geschrieben. Der spielt auch mit. Basti? Basti, ja. Wir haben den überredet. Aber der, ähm... Der meint, der kaufst dich das erst am Dienstag offiziell. Weil der meinte, am Wochenende wäre er sowieso nicht da und dann würde sich das nicht lohnen. Ja. Du musst gleich noch einkaufen und wieder nix im Kühlschrank gehen. Ja, ich war gestern einkaufen. Ich hab eben Frühstück, weißt du? Wir haben ja... Keine Ahnung, die Freunde von meinem Vater, die holt irgendwie nichts. Die holt nur das, was die essen und so. Und ich chill dann hier so, ne? Und, äh... Ich hab mir selber was geholt. Und ich hab mir beste Frühstück geholt, ey. Ich hab mir... ...Gurriking gekauft. Gurriking. Oma! Amwana Gurriking! Und dann hab ich mir noch hier... Kennst du Toasties? Ja. Hab ich mir auch noch gekauft. Zwei Toasties und ein Gurriking. Denkt daran. Erst schießen, wenn ihr den Befehl dazu erhaltet. Boah, jetzt noch einmal schießen, ey. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Nur so weiter. Ey Sid, grüß mal meine Schwester. Hä? Hallo, Schwester von Infected Kid. Was geht? Was geht? Wie alt ist sie denn? Uri ist interessiert. Meint der Female hier? Hahaha. Jetzt schreibst du direkt erstmal hier, äh... Tits or get the fuck out. Was ist das denn hier? Militrikhut. Zielen. Haha. Wie alt ist sie denn? Der Uri braucht was hier. Äh... Keine Zeit für. Haha, genau. Muss doch können. Halt. Halt. Feier. Äh... Ach so... Das sagt er nix. Angst um seine Schwester, dass der böse Uri kommt. Remember, Uri is always watching you. Ja genau. Ledermeister. Bitte bildet mich zum Lederer aus. Hast du schon Beruf ausgewählt? Ne. Ich auch nicht. Ich will mal einen auswählen. Was ist denn ein Weidmann? Waffen wie Pistolen. Ne. Ne. Oh nice. Event. Ich muss runter. Aua. Das Event ist cool. Ich gehe gleich auch mal da hoch. Lederstation. Rüstungsschmied. Rüstungsschmied. Lederstation. Juwelier. Koch. Ich weiß, wie ich es nehmen soll. Was kann denn der Juwelier? Wir werden verkackt. Ringe, Amulette, Ohrringe. Edelsteine transformieren. Was sind denn Edelsteine, Uri? Die in die Waffe kommen. Ich habe mich mit den ganzen Thematiken in Sachen berufen und so nicht auseinandergesetzt. Aber du weißt was. Ich werde einfach nur Levin. Nicht pragmatisch. Einfach nur Edelsteine. Kommst du ins Auktionshaus? Mit O. Du bist auch auf Riverside, ne? Hier heißt ein Typ Cheater. Weißt du direkt Bescheid, ey. Das ist doch scheiße. Wer macht denn einen Beruf, wo man nur drei Waffen herstellen kann? Ich glaube ich mache Rüstungsschmied. Oder Waffenschmied. Ne, Rüstungsschmied. Wo ist der Rüstungsschmied? Ledermeister. Ist ja eigentlich das Logischste für mich, weil ich ja... Gewand in der Konsequenze. Aber ich stehe in einer gut aussehenden Rüstung für Weltreisende. Ich kann auch Inventarrucksäcke herstellen. Das ist cool. Das mache ich dann. Lederstation. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eine. Das ist voll cool mit diesem, ähm... Dass du so Sachen zum Herstellen alle direkt auf die Bank schicken kannst, so gesehen. Finde ich voll gut. Zähigkeit. Eine Tasche. Wer ist voranzukommen heute? Aber man will nicht. Ich hole mal eine Tasche. Äh, geschwönte Wohlederstück. Mhm. Produktions-Ski. Brauche ich zehn. Bam, herstellen. Hey. Hey. He's left the server. Willst du mich verarschen? Uri. Ja, man. Das Server lag schon genug. Bei mir überhaupt nicht. Bei mir ist alles voll super. Du hast gar nichts, was dir alle Probleme hat. Ich meine nicht deinen Server. Ich meine den Server, wo wir hier am Spielen sind. Hm. Ist auch voll gut bei mir alle. Gibt echt wie Hölle, ey. Du meinst, das Spiel oder was? Ja, ja, ja. Echt? Hast du irgendwo eine Ping-Anzeige? Nein. Ich hab grad nicht aktiv. Ich bin jetzt nur Vize-Lehrer. So. Inventar. Ah. Ich hab hier ganz großes Inventar. YouTube. Herr Kalli hat geschrieben. Ich komm immer noch nicht rein. Und auf Twitter schreiben sie nur, dass das Problem bekannt ist. Ja, ich komm auch nicht mehr rein. Ufsel ist now following you on Twitch. Beste Mann. Ich bin drin. Ich glaub, ich verlass das hier niemals. Niemals. Ich werde auch nicht rausgehen. Bestimmt nicht. Ich bin nicht rausgegangen, Alter. Ich bin auch nicht rausgegangen. Ach ja, ich hab gewöhnliche Farben. Seidenolive. Oh, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Ist das hier Sumpfgras. Voll. Wäre auch nicht schlecht aus. Für so einen Hunter. Probieren wir mal das hier. Und dann ist das hier Sumpfgras. campmilration. Und das ist das hier. 일j im饅. Jim. Yep.